Der Schiedsrichter pfeift die Partie an, die zweite Halbzeit läuft. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt, er muss Freistoß pfeifen. Oder haben sie sich nicht viel Zeit gelassen? Jetzt greift er ihn an. Schöner Pass. Er hat den Ball sofort verarbeitet und Tor. Das ist sein zweiter Streich heute und wir sind gespannt, ob er nochmal zuschreiben kann. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Okay. Beg'm up. Bei nächster Gelegenheit wird hier wohl gewechselt. So, da bin ich mir sicher, gibt's ordentlich was auf die Ohren vom Coach. Können Sie die Flanke verwerten? Jensen. Sofort abgezogen. Und, Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Der Trainer will und muss das Spiel nochmal in andere Bahnen lenken und das soll funktionieren mit einer Auswechslung. Sofort. 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 da gehört schon eine menge mut dazu sich in diesen ball hineinzuwerfen und schon wieder eckball es wird noch mal gewechselt in dieser zweiten halbzeit in der sie bis jetzt keinen guten eindruck gemacht habe eine auswechslung soll den umschwung bringen einwurf einwurf jetzt er spielt den ball auf die außenposition ein grandioser kopf wie aus dem lehrbuch und jetzt sind hier alle aus dem häuschen völlig zu recht ein super kopfball das ganze jetzt noch mal von einer anderen kamera eingefangen danke an die regie und diese führung hier ist mehr als deutlich beckmann er will ihn haben den ball kriegt er angriff sah vielversprechend aus aber hier ist jetzt erst mal endstation das könnte was werden jetzt könnte es klappen die sind gut drauf und schießen noch ein tor und jetzt ist es vorbei für den gegen ja das wird wenn es so weiter geht in dieser situation wie das richtige schützenfest hier so jetzt können wir uns der treffer noch mal betrachten diesmal mit einer anderen kamera aufgenommen das ist aber jetzt schon eine komfortable führung das ist der haus hohe favorit und gleichzeitig gastgeber und er hat die erwartungen seiner fans heute erfüllt und dem herausforderer keine chance ausgelassen und man muss ganz klar sagen für die gäste heißt es diesen tag aus dem kalender streichen der war nicht einfach zu halten da lag eine menge wucht in dem ball gut mitgespielt er geht im entscheidenden moment dazwischen tja jetzt wird der spieler ausgewechselt nach dieser leistung ist das wirklich keine große überraschung überhaupt nicht das war einfach nicht sein spiel er konnte überhaupt nicht helfen die auswärts und vollkommen nachvollziehbar jetzt denken sie sie müssen nicht weiter fußball spiel das kann daneben gehen was für ein triumph und was für ein jubel was für eine freude und das war ein super fußballspiel aber jetzt kommt sie sich lasse ein wenigstensiv Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und er ist drin. Er ist drin.